Ich bin böse. Können wir den noch auf den Panzer springen? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe es mir einfach versucht. Und die Mami nicht. Oh, hier ist die Snowball Arena. Da waren wir gerade schon drin. Was? Erinnere ich mich gar nicht dran. Die Mami hat mich gepickt, als ich versucht habe, drauf zu springen. Er hat ein bisschen was dagegen gehabt. Verständlich. So, hier gab es noch irgendwo Essensstände. Und ich weiß, dass er Schaffenhock noch gab. Es gibt Schneebälle. Ich fliege wieder mit bei Eule. Wo bringst du mich hin? Hier kann ich Bewohner abschießen. Ah, hier sind die Essensstände. Oh, sorry! Das Bein ruft dir aber Null. Ah, doch! Ich fang jetzt, ich fang jetzt an, eine Hungersnot zu verursachen. Danke. Wo bist du? Warte, ich komme. Ich will mir auch einen. Ich esse. Ich will mir auch einen. Ich will auch einen haben. Das wäre ein übrig. Sei nicht fies. Das ist mehr lange. Ich will auch einen Lolli. Hey! Ich will auch einen Lolli. Das ist mir keinen Lolli übrig gelassen, du Mieser. Hier sind noch mehr. Du Mieser. Guck mich mal an. Ich muss auch irgendwie... Ich muss auch diesen Körper irgendwie... ...pflegen. Und dieses Gewicht kommt man nicht umsonst. Oh, so lecker! Äpfel. Okay, dann gehe ich an den nächsten. Yummy! Ich weiß nicht, ob es dafür ein Achievement gibt, wenn man alles frisst. Also, wir versuchen. Oh, aber ich will mehr! Das ist ehrlich. Oh, ich helfe dir ein bisschen. Mieser. Oh, das ist ja vollkommen egal, wer von uns das macht. Oh, so lecker. Und gibt es noch ein Achievement? Äh, das waren glaube ich nicht alle. Aber es gibt halt noch Eiszapfenwerfer, habe ich gesehen. Ja, hier, Minigame. Wollt ihr? Wollt ihr ein bisschen Eiszapfen auf? Hey, Mei, komm hier! Hey, Mei, don't check it out! Du kannst, du kannst nichts machen, ich bin in der Animation. Okay, das... Oh, ich kann es... Das kann ich ja werfen. Oh, komm schon, zeig, was du kannst. Eiswerfen. Ich kann mit dem Zielen spielen. Same Prinzipien. Achso, hier müssen wir drauf. Uh, Moment. Ja, das wird nichts. Die Verzögerung ist schon hart. Ja, das ist... Na, den Stern habe ich nicht getroffen, schade. Na, den kriege ich. Ich versuche, durch das Große an. Ich habe mir ganz eine Zeit hier. Durch das zweimal fällt, müsste ich werfen. Ah, macht plus zwei. Ja, das ist gut. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie ich 16 Punkte gekriegt habe, aber ich weiß auch nicht, wie du nur 9 Punkte gekriegt hast. Das ist blöd. Ja, die Verzögerung ist scheiße. Wenn man nicht spaben kann, ist scheiße. Okay, hier steht ein Kessel. Oh, der Slayer. Schade. Wie gesagt, es müsste hier noch mehr Stände geben. So viel weiß ich noch. Hier gibt es Schneemänner. Wer ist die 4? Ich kenne die Schneemänner, ne? Oh, ich kenne die Schneemänner zu stören. Oh, ich habe die sehr sichere Schaukel gefunden. Warte, ich komme zu dir. Lass uns gemeinsam schaukeln. Du darfst mich auch gerne schubsen. Dazu muss ich jetzt mal zu dir finden. Ich bin noch zu meinem Esszöpfen links. Ah ja, hier. Komm mal. Warte, da ist noch jemand vor dir dran. Nein, lass mal, der gehört mir. Ich bin auf der anderen. Hui. Ah, okay. Willst du dich mal draufsetzen? Ich will gucken, ob er auch rückwärts fliegen kann. Schade, leider nicht. Fährt aber nicht aus der Schaukel, oder? Nein, an dieser sehr sicheren Schaukel. Wie sollte denn was passieren? Ich meine, sieh dir das mal an. Setz dich mal auf die sehr sichere Schaukel drauf. Oh, da fliegt er. Nice. Hast du ein Schiff mitbekommen? Ja. Er ist am Leuchtturm gelandet. Ja. Hast du ein Schiff mitbekommen? Schließ mich. Hab ich. Schieß mich. Und wie hieß das Achievement? Ausgeschaukelt. Der ist jetzt da hinten am Leuchtturm. Der ist jetzt tot. Kann ich dich auch fliegen lassen? Fliegst du auch irgendwann raus? Ich hoff's mal. Und wie ist es? Mach Schwung einfach noch mehr. Das reicht noch nicht ganz. Ich versuch's. Okay, so geht's nicht. Äh, ja. Du musst auch warten, bis ich komme. Und du musst den Schwung verstärken. Nicht dauernd drücken, sondern, ja. So ungefähr. Ah, du bist rausgeflogen. Ja, ich bin ganz sicher rausgeflogen. Da ist mal ein bisschen mehr drin, damit ich mal... Oder nicht. Ich will auch mal schaukeln. Alles klar. Ich bin auf der Roten. Oh, ich halte mich so fest. Ich sitze gar nicht drauf. Ich halte mich fest. Stehe und halte mich. Guck dich mal an. Du kannst es auch nicht anders. Ich bin so... Ich bin so klein und zierig. Ich bin da... Ich würde gar nicht mal draufpassen. Ah. Komm. Schleudere mich raus. Hm, okay. Man bleibt aber relativ fest drunter. Drück doch mal Kuh. Schleudere mich rausgeflogen. Ich bin so klein und schleudere mich rausgeflogen. Ich bin so klein und schleudere mich rausgeflogen. Ja, habe ich auch gerade gefunden, weil ich da gesponnt bin. Kannst du mich da mit einem roten Wingen? Ich kann nicht da. Ich bin jetzt in einem roten Schlitten. Kannst du auch den kleinen Pinguin-Mann da? Äh, kann ich. Der hat den Spaß seines Lebens. Kannst du den zu weit drüber rausschießen, oder? Ich versuch's. Ich glaube, das ging nicht. Ja, wobei... Na, der bleibt drin in der Bahn. Der hat einfach nur Spaß. Dann steck du mal in das Blaue rein. Dann steck du mal in das Blaue. Ja, alles klar. Dann kann ich dich schubsen. Du kannst auch warten, wenn ich an dir vorbei bin und den Schwung noch mal verstärken. Vielleicht kriege ich dich irgendwie aus der Bahn raus. Das ist aber super nervig, weil... Ja, das Rote ist im Weg. Das ist halt ein bisschen nervig. Na ja, das Rote verhindert's ein bisschen. Alles klar. Was gibt's hier sonst noch so? Ach ja, Schaffen-Bot gab's noch. Okay, was gibt's noch? Hier geht's runter, wo wir die... ... über das Tierchen rausgeschickt haben. Das Riesenrad, wir können auch Riesenrad fahren. Das geht auch noch. Wir können noch einiges. Lass mal Riesenrad fahren. Das müssen wir auch selbst betreiben. Okay, wer zieht? Ich bin dran. Alles klar? Ich muss, glaube ich, auch ziehen. Oder nehmen, nur du musst ziehen. Ja. Also ein Pinguine mit's dran. Und man kann oben raus, wenn man's langsam macht, kann man raus. Wer macht langsam? Na gut, dann zieh mich mal hoch. Steck ein. Steck ein, was mein Kind hat. Nee, ich will hoch. Mach du, mach du, mach du noch mal. Du wirst mich auch ziehen können, wenn du oben bist. Ich bin gerade bei einem Pinguine drin. Äh, ja, Moment. Es ist gerade sehr langsam. Oh. Kannst du mich mal hochziehen? Kann ich nicht. Warte einfach, bis es gelaufen ist. Oh, Rutsche! Es wird immer langsamer. Nice. Rutsche. Oh nein. Ich bin auch bei dir. Feuerwerk! Ich will auch. Man kann ja nicht zielen, oder was? Einfach nur. Ist ja blöd. Warte, da drüben bist du. Warte, ich komme zu dir. Kann ich mich in dich legen? Nein. Schade. So, ja dann. Machen wir ein bisschen Pause. Mach das mal. Einfach eine Runde legen. Bringt nichts. Hm, ich kann mich fühlen, dass der Sonne mein Gesicht schmerzt. Oh, wenn ich das jeden Tag tun könnte, würde ich es nicht machen. Ja, wirklich? Ja, wirklich? Wenn du dich so schlecht auf der Rückseite hast, was? Wir können die Schneebänner zerstören mit den Schneebellen. Oh. Oder mit deinem Arisch. Geht auch. Ah, Schneebälle. Okay, was gibt's denn noch nicht? Ich renne hier überall rum. Hier gibt's noch unseren Turm, den wir schon gemacht haben. Hier gibt's noch den Großen mit seinem Wagen. Okay, was macht der Große mit seinem Wagen? Er zieht ihn. Okay. Siehst du noch was Tolles, was wir machen können, oder? Ja, Schaffelbaut, habe ich doch schon 20 Mal gesagt. Na, wo geht's hin? Schiss du gerade nicht. Das müsste irgendwo hier sein. Wobei das gemacht haben, dann können wir weiter. Ja, wir beenden aber dann, würde ich sagen. Am Skiluft fahren würde ich heute noch machen. Das ist, dann können wir dann danach. Das dürfte, glaube ich, das Finale von dem Level sein. Also, das wird schwierig. Okay, schade. Wir haben auch schon lange genug eigentlich gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, drei Stunden fast dran. Na. Das ist doch Wochenende. Irgendwann ist auch immer drin. Ja, du musst ja letzte Woche auch nicht direkt um 5 Uhr raus und willst du abnehmen. Nö, um 6. Ja, siehst du? Du gehst wahrscheinlich momentan jeden Tag so gegen 0 Uhr ins Bett, oder? Ja, ich trifft es ziemlich genau. So, wo ist jetzt das Ding? Wo fährst du gerade lang? Ich suche es gerade. Ich fahre einmal komplett außen rum. Ich bin halt momentan so gegen 4 im Bett. Von daher schwierig. Und 5 wieder aufstehen, das ist ja gut, dann. Ja, das muss ich ja ein bisschen was reinkriegen. Oh, ich habe hier Pfannkuchen. Oh, du hast einen Stand gefunden. Wo bist du? Das ist keine Marmelanendöner, sondern Pfannkuchen. Richtige Pfannkuchen mit. Ich habe es ja alle gegessen. Übrigens, genau genommen heißt es Berliner Pfannkuchen. Von daher. Marmelanendöner, Mordi. Marmelanendöner. Das heißt, Marmelanendöner. Ich esse alle, alle. Ich fange von der anderen Seite. Meins. Okay, das waren die Stände. Und wo warst du eben bei den Schienen? Wo warst du? Ich bin hier überall irgendwie random rum. Weil ich keine Ahnung habe, wo wir genau hier oben sind. Wo ist noch dieses Ding? Ja, ich weiß, ich finde es nicht. Da hinten, oder? Ja, ich glaube da hinten. Ich weiß nicht. Nein, das ist die Starball Arena. Wieder. Ich werde sie einfach mal mit den Ollen fliegen, vielleicht. Wie ziehst du es dann? Kann ich eigentlich helfen? Die Ollen fliegen leider ziemlich niedrig heute. Ollen fliegen niedrig heute. Ollen fliegen niedrig, das heißt, das Wetter wird schlecht. Ach, die Richtung hier beim Riesenrad, hab's gefunden. Okay, bin gleich da. Ollen fliegen gerade. Ollen fliegen gerade in die Richtung. Ich bin auf der Rutsche. Ui. Ja, wenn unterwegs. Ja. Was hast du für mich erwartet? Kann ich den Leuten irgendwie aufspringen? Kannst du bestimmt. Irgendwas konnte man auch noch bei dem Aquarium machen, glaube ich. Ah, ich kann Trampolin springen auf den. Ich habe echt Trampolin mäßigen. Ich muss mal versuchen, ich kann es dir bringen. Ich kann es dir bringen. Ich kann es dir bringen. Shuffleboards. Ich kann mal. Ja. Wir haben es endlich gefunden. Wir sind 20 Mal dran vorbeigelaufen. Ist das nicht eigentlich Curling? Hey, May, komm hier. Oh, die Nicht-Rentner-Variante. Curling war doch die Olympische Sportart, die so hier ist. Ja, Curling war das Coole. Ich werde dich rauskriegen. Wissbarer-Thinkung. Was ist mein Problem? Was tun wir jetzt? Oh Gott. Halten. Okay. Das ist ein Punkt. Oh nein, nein, oh nein. Oh, 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 oh nein. Drüber auf, drüber auf. Ich habe schon einen Punkt. Ich auch. Das müsste mir nur gut sein. Ja, 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 ja. Ja, nein, verdammt. Das wäre fast numpft gewesen. Yo, vier. Das war klar, dass du schon wieder gewinnst, Mensch. Nee, komm noch mal. Ja, mach mal eine Runde. Es wird erst lustig, wenn alle Leute überhaupt wissen, was zu tun ist. Die erste Runde zählt nicht. Die ist zum Tutorial. Die ist für... Oh, jetzt ist das Hindernis. Oder was? Sieht so aus. Oh, natürlich. Ach, verdammt. Verdammt. Menge jubelt. Dir wahrscheinlich zu. So, ich mach mal ein bisschen langsamer. Das geht auf die Eins, oder? Äh, nein. Nein, ich hab schon wieder Null. Ist doch scheiße. Du kannst zählen, indem du dich umpositionierst. Ja, das geht. Drei. Vier. Oh, und mehr Hindernisse. Oh, und mehr Hindernisse. Ah, das ist scheiße. Hm, ja. Ah, ja, gut. Nicht schlecht. Wenn wir den nochmal hinkriegen, dann. Okay, powern wir mal ein bisschen rein. Das ist gut. Oh, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ich hab das Minus gebracht. Na, mir ist Minus. Kann ich den nochmal werfen, oder? Eigentlich müsste ich den doch, oder? Schade. Das ist bei mir hinter. Das ist das Negative. Nein! Ich bin zu blöd. Ich hab wieder vier Punkte. Ich hab null. Ja. Gut, Grunde vier. Cody-Event. Ich weiß nicht mehr, was ich mach. Bis wir wissen, dass der Lob... Okay, ich bin ein bisschen... Okay, ich glaub, das ist jetzt... Das ist immer noch nicht das Endlevel. Okay, jetzt schaffst du's aber mal. Ah, ja. Oh, es sieht richtig stark aus. Das ist nur zwei. Nicht schlecht. Oh, das könnte bei mir richtig scheiße sein. Ja. Ich hab zwei Punkte. So hier. Ja, äh, fast. Ich wär fast krass geworden. Okay, wir sind also beide gleich gut momentan. Nee, ich hab zwei Punkte. Du hast noch null. An den könnte ich vielleicht so reinschieben. Oder auch nicht. Ich hab sehr wenige Punkte. Na, ja. Zwei bei mir. Gut, komm. Das blöde, dass man nur zwei hat. Und drei hat's. Alter. Du hast gewonnen. Juhu. Das war richtig scheiße von mir gerade. Ja, Runde 5. Ich glaube, dass jemand mein Fuss hat. Ja, wir wissen, dass die Hindernisse so durch sind, würde ich sagen. Wer weiß, vielleicht steht am Ende ein Yeti da oder so. Show me your move, okay? Nein, sind es nicht. Nach wie vor. Das wundert mich auch. Meinst du, da ändert sich noch was dran? Es kann sein. Also es ändert sich jetzt immer noch. Siehst du, aber es ist immer noch schwerer. Was ist, wenn das einfach random ist? Wenn es einfach die... Dann warten wir, bis wir das erste Mal ein Hindernis, das wir schon hatten haben. Wir hatten auch beide Granschen mit zwei Doppels. Nein, das hatten wir doch. Das hatten wir noch nicht. Aber es ist davor, hatten wir zweimal. Verdammt, ich bin wieder zu blöd. Ja, und ich schaff's gerade so irgendwie. Okay, das könntest du sehen. Da komm. Ach, verdammt. Ich hab wieder null. Okay. Ich hab ein 3. 3 zu 0. Du willst noch mal spielen? Wie gesagt, ich will das gerne machen. Wir müssen uns nennen, weil ich würd. Okay, das hatten wir aber schon mal. Sag ich doch, dass du random sind. Ach, nö. Komm, aber das krieg ich noch nicht hier. Ja. Jo, das war stark. Das war richtig stark. Und? Verdammt. Das war fast nicht stark. Ich hab immer noch null Punkte. Das war ziemlich schlecht. Ja gut, muss man halt reinkommen. So, ich mach jetzt einen Trickshot. Ja, jetzt ab. Am wenigstens einen Punkt. Ich hätte die beiden noch reingekriegt. Hätte ich noch zumindest so drei machen können. Ich hab noch nicht mehr. Das ist so. Nein, das ist so. Nein, das ist so. Nein, das ist so. Nein. Nein. Nein, nein. Verdammt. Ich bin wieder raus. und ich bin ich habe zu stark geworfen ist nicht zu schwach sind sie zu stark bist du zu schwach einfach nur fach kommt sehr schön drinnen du gewinnst locker mit einem punkt ich krieg den anderen noch ein habe ich drei das ist mein ziel ein punkt mit zwei mit drei drei punkten nice ja ich war zu beschissen so dass wir es bleiben ich weiß nicht das kannst du noch nicht nehmen das ist wie gesagt das finale von dem level und das schaffen wir heute eine riesige schneekugel die haben in metten ist ja die schneekugel da ging doch irgendetwas da geht nichts in der kugel ach du kannst doch von da oben ach du kannst auf die kugel feuer die quasi ne kann ich nicht schließt noch mal ich kann nur in eine richtung schießen kann man nicht verstellen oder doch nee aber bevor es über die kugel rüber das war das ja ich glaube dann sind wir hier durch können wir noch ein bisschen schillen ich stehe zumindest bereit viel mehr zu tun gibt es nicht gucken wir uns einfach dass nächstes dran kommt und dann ups und und dann schon da ach ok den lift meintest du oder was wir haben die Stadt gerettet und 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 weil ich die 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 es ja we die 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 Ja, du hast die Wahl, aber das nächste Weihnachtsdorf hier, das ist Barney, das ist die, das ist die, das ist die Bar, wollen wir da noch reingehen, oder? Ja, das ist mir, ich habe eine Mütze, das nennst du eine Mütze, das ist eine Mütze, das ist eine Mütze, das ist eine blaue Mütze, Ja, ich habe eine Mütze, ich habe eine blaue Mütze, Modi, ich wiederhole, das nennst du eine Mütze, Hm, es gibt glaube ich keine andere Mütze zu nennen, da gibt es auch nicht, schade, Können wir einfach mal irgendeine Après-Ski-Party im Berg feiern, macht doch jeder, warum nicht? Oh, oh, okay, das machen wir noch, Guck mal, ich habe eine Mütze, Hey Cody, fühltest du den Rhythmus? Oh ja, es ist die Mütze Zeit. Oh nein, komm, auf geht's. Ich werde es gewinnen. Oh nein, wirst du nicht. Da ist der, da ist der ekelhafte, verkrustete, eitrige Wal. Haben wir nicht gesehen, war aufs Rennen konzentriert. Popfahren. Schlitten fahren, genau, Pop. Schlitten fahren, du Pop. Gewinnen das Rennen. Das sehen wir. Ich werde schneller als mich wohnen. Ich habe einen schlechteren Start. Tja. Wer gewinnt jetzt? Immer noch, ehrlich. Oh Gott, in den Wal. Oh je. Okay, das ist ekelhaft. Das ist super widerlich. Nein, das ist nicht cool. Aber die kommen wir dann auch nach dem Fischerdorf, das so heißt, nachdem wir durch den Wal waren. Ich glaube schon. Boah, das ist super widerlich. Komm, sind wir in den Wal. Verdammt, als ob er jetzt führt. Als ob du jetzt führst. In den Schornstein rein. Wer gewinnt jetzt als ob du einen drauf geholt hast ich hab aufgeholt ich hab eindeutig gewonnen nicht mal in der zwischensfrequenz hast du gewonnen was ne lüge jetzt kommt das wasserlevel ich glaube drei stunden streben reicht auch genügend mario gespielt und dann was er immer am nächsten mal wir können noch einmal reintaufen ok sehr schön ja 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 ja